So, einen wunderschönen guten Morgen hier aus meinem Handelsbüro in Delitzsch an alle Zuschauerinnen und Zuschauer hier im Webinar und einen tollen Start in die neue Woche. Herzlich willkommen Lüttger und Elena hier live, auch herzlich willkommen an alle Live-Zuschauer hier im Webinar. Ja, wir haben heute wieder ein paar schöne Charts vorbereitet mit ein paar interessanten Ideen zum WTI, zum Nikkei und zum US-Dollar japanischen Yen. Den WTI stelle ich mal ganz zum Schluss zurück, weil da gucken wir heute mal ein bisschen näher ins Detail. Da habe ich eine Frage von einem meiner Klienten bekommen, den ich im Coaching mitbetreue und er sagte, Mensch, das WTI, das muss doch super gut zum Traden sein. Und er hat es versucht und er kommt halt nicht so richtig zurecht. Wir gucken einfach mal heute, was hier im WTI ist und wie man das Ganze auch ein bisschen anpacken kann, dass es im Trading mit vernünftigen Strategien auch funktioniert. Olaf, schönen guten Morgen von meiner Seite an dich. So, was machen wir zuerst? Na klar, der Risikohinweis, ohne diese obligatorische Sache geht es nicht. Der Handel mit Devisen und CFDs kann zu Verlusten führen. Sie riskieren hier, ihr investiertes Kapital zu verlieren. Und damit gehen wir direkt rüber in die Tagesnachrichten. Wir hatten es ja beim letzten Mal am Freitag gesehen, so wahnsinnig viele Nachrichten stehen heute am Montag nicht an. Fernando, einen schönen guten Morgen. Wir blicken hier gerade auf die Nachrichten für die heutigen Wochen. Sven ist ebenfalls wieder da. Also alle rein schön in den Webinarraum. Da können wir gut miteinander kommunizieren. Ich freue mich immer, wenn alles gut läuft und hier einiges los ist. Also zu den Tagesnachrichten. Die wichtigste Nachricht, Sie sehen es hier mit der 3 an dieser Stelle auch markiert. Das ist um 11 Uhr. Da gibt es den Verbraucherpreisindex. Das ist die wichtigste Nachricht für die Verbraucherpreise. Wie es hier weitergeht, das ist hier so wichtig für das Thema Inflation. Wir wissen das ja. Die EZB schaut auch auf die Inflation und die muss natürlich irgendwo im Griff behalten werden. Alles diese Dinge sehen wir hier entsprechend, was der Tag da bringen wird. Werden wir sehen, was der DAX draus macht oder der Eurostox 50. Aber die Nachrichten kommen auf alle Fälle. Da gibt es ja noch ein bisschen was drumherum hier. Und dann gibt es am Nachmittag noch zwei wichtige Sachen, wo ich sage, die sind zwar hier von der Relevanz nicht an der 3 gestellt, aber wenn die EZB irgendwas erzählt, egal wer jetzt von der EZB, da kann es immer Bewegung am Markt geben. Und aus diesem Grund gucken wir auch immer mal hin, so im Hinterkopf so latent zu haben, okay, es ist gut zu wissen, wann da irgendwer eine Rede hält. Um Viertel nach 1, also 13 Uhr, 15 Uhr und 15 Uhr gibt es zweimal die Möglichkeit, dem EZB-Räten zuzuhören, beziehungsweise den EZB-Mitgliedern und das kann dann heute um diese beiden Uhrzeiten auch gemacht werden. Und damit gehe ich direkt in die Charts hinein, wieder hier in den Stereo-Trader bei Tickmill mit Tickmill. Und wir haben jetzt hier mal den US-Dollar, japanischen Yen auf der Uhr. Sehr interessant. Ich habe mich sehr gefreut, was hier in der letzten Woche passiert ist. Wir haben über die Währung ja schon das ein oder andere Mal gesprochen. Und interessant zu sehen ist hier, was momentan passiert. Ich sage nur Stichwort Zusammenfließen von Trendgrößen in einer Zeiteinheit. Da hatte ich ja schon mal drüber referiert. Was haben wir hier an dieser Stelle? Wir sehen schön, ja, grün eingezeichnet. Das ist mal der große Trend nach oben. Das ist auch das, was man auf der Woche schön sehen kann. Hier, das ist momentan der Wochentrend und der steht jetzt halt gerade in seiner Korrekturpunkt. Man kann den Wochentrend sogar noch größer ziehen und sagen, okay, hier, das hier ist der Abwärtstrend. Und der großen Woche, das ist der Bewegungstrend der großen Woche. Ja, wer hier Woche in Monat tradet, das heißt, wenn man sich hier an dieser Stelle mal den Chart hier anschaut auf Wochenbasis, da sieht man dann plötzlich wieder, oh, doch kein Abwärtstrend, sondern wir haben ja hier einen Aufwärtstrend, der tiefgelaufen ist. Also man muss hier immer sehen, was man tradet, ja, welche Zeiteinheit. Und dann kann man sich die entsprechenden Trades auch raussuchen. Und für all diejenigen, die hier auch zuschauen, es ist immer gut, wenn sie kurzfristig traden, dass sie immer den aktuellen Trend traden. Und das Ganze dann aber so ein bisschen in das Gesamtschartbild mit einordnen. So, jetzt zurück aus dem Monat in den Tag hinein, weil wir sind ja hier aktiv mit am traden. Das heißt, dann doch eher die kleineren Zeiteinheiten verglichen zum Monatschart an dieser Stelle. Also, was wir hier sehen, ist folgendes. Wir sehen hier mal die Korrektur. Das war der Abwärtstrend. Das war, wo dieser Trend galt, war das der aktuelle Trend. Und da haben sich an dieser Stelle dann halt eher die Abwärtstrades auch angeboten, das heißt, die Trades auf fallende Kurse. Jetzt hat sich das Bild aber so ein kleines bisschen gewandelt. Warum hat es sich gewandelt? Hier, schauen Sie mal, hier sind wir oben drüber gelaufen, hier an dieser Stelle, hier. Das war das letzte Korrekturhoch dieses Abwärtstrends. So, und da sind wir hier mit einer schönen Bewegung drüber gelaufen. Dann gab es die Korrektur und dann die Bildung des Aufwärtstrends. Und das ist jetzt interessant. Wir stehen hier jetzt nach der Bildung des Aufwärtstrends, sind wir drüber geschwuppt. Und der Markt hat nicht gleich wieder abverkauft, sondern hat dieses Signal sogar bestätigt. Und das ist jetzt interessant zu sehen, was jetzt hier kommt. Hier können an dieser Stelle zwei Sachen passieren. Nummer eins, es geht erstmal die Stärke so ein bisschen raus und der Markt fängt an zu korrigieren. Das heißt, das wäre so das Bild. Wir laufen hier ein bisschen was nach unten. Hier unter die 110, 380 sollte es nicht gehen. Dann wäre dieses positive Szenario wieder vorüber. Warum? Das ist dann der Aufwärtstrendbruch. Das wäre nicht so schön. Das heißt, wenn wir hier einen starken Markt sehen wollen, gönnen wir ihm gerne auch einen Rücksetzer. Wenn der Rücksetzer kommt, kurzfristige Rücksetzer hier. Schauen Sie mal, wir haben das Tagestief bei 111,755 so in etwa. Dann gibt es hier unten eine Linie bei 111,135. Das ist diese hier. Da könnte der Markt auch problemlos rauflaufen. Hier der Aufsetzer auf diese 111,8. Das sind alles Dinge, die sind im Bereich der Möglichen. Sollte man so ein bisschen im Hinterkopf halten. Wer das kleinste traden möchte, ein bisschen scalpen oder wie auch immer, der kann halt da drauf schauen, was die Korrektur hier an dieser Stelle entsprechend macht. Auch Tageshoch und Tagestieflinien. Natürlich alles sehr, sehr wichtige Anlaufpunkte hier in diesem Markt. Interessant ist es aber auf der anderen Seite, wenn es doch keine Korrektur gibt, schau mal, was passiert denn hier oben? Hier haben wir ja das nächste Korrekturhochliegen bei 112,151. Schafft es der Markt drüber? Könnte das dann wirklich mit einer gewissen Dynamik weiter nach oben laufen? Hier drüben haben wir das nächste Tagestief vom 20.07 bei 112,261. Und dann haben wir den Weg hier nach oben auf das Hoch, was wir hier hatten, bei 113,173. Da braucht man sicherlich ein bisschen Geduld dazu, das Ganze nach oben zu traden. Aber es macht auf alle Fälle Sinn, hier an dieser Stelle das einfach mal im Auge zu behalten und die Bewegungen, die entstehen, auch mitzunehmen. Und das können Sie hier sehr, sehr schön traden. Je nach Geschmack, je nach eigenem, sag ich mal, ermessen, wie Ihr Handlungsspiegelraum ist. Ob Sie das Ganze langfristig oder mittelfristig auf Tagesbasis begleiten wollen und das Ziel hier oben drinnen haben und sich weit absichern und das Ganze entspannt laufen lassen wollen. Oder aber ob Sie sagen, nee, ich möchte schon das kleinere traden. Dann halt einfach hier hinschauen, was macht denn beispielsweise der Stundentrend. Der ist weiterhin schön in seinem Aufwärtstrend. Der korrigiert jetzt hier so ein bisschen. Das wäre dann halt möglich, wenn er bis hier drunter läuft, wäre da in der Stunde alles in Ordnung. In der Aufwärtsrichtung läuft er drunter, haben wir eine Korrektur auf Stundenbasis. Und das wäre dann der Punkt, wo wir dann doch etwas tiefer hier unten reinlaufen könnten, um dann etwas Korrektur zu sehen. Wir warten einfach ab und schauen, was passiert. Gibt es hier in der Stunde beispielsweise Umkehrsignale? Das heißt, dass der Markt, wenn er hier bis hier runterläuft und dann uns plötzlich ein Umkehrsignal bringt, Das wäre dann interessant, wenn wir schön wieder nach oben laufen, dann können wir aus der Korrektur heraus der Stunde in den Trend der Stunde, in den Trend des Tages handeln. Das wäre spannend, interessant zu sehen. Da kann man sich beispielsweise auch mal die 15 Minuten anschauen. Und da sehen wir hier so ein bisschen hin und her getangen, so leichte Tiefauslotung hier unten, so ein leichter Unterstützungsbereich hat sich hier gebildet, um die 111,950. Und dann sehen wir, will der Markt halt immer wieder hoch. Gut, hier hat man ein tieferes Hoch. Also, wie Sie sehen, die Tageskerze sieht ja momentan nicht umsonst so aus, wie sie aussieht, dass wir hier einen Doji haben. Da ist einfach nicht viel Bewegung, aber da wird es irgendwann eine Entscheidung geben. Und diese Entscheidung, die, da schauen wir hin, was genau hier passiert, weil das ist das Spannungsumfeld, was wir hier an dieser Stelle wollen. Und da können wir uns dann entsprechend einfach auch draufstellen. So, jetzt haben wir mal den japanischen Yen besprochen. Wir bleiben im gleichen Markt, aber lassen uns mal hier einen Blick auf den Index werfen. Und zwar hier den Nikkei, habe ich für Sie vorbereitet. Hier, das mache ich mal gleich wieder zu. So, dann stellen wir hier noch ein paar Sachen ein, dass der Chart schön sauber ausschaut. So, die Tageslinien rausgenommen, zack, weg. So, gut. Also, hier, das ist der Nikkei. Mal im Tagesschart. Wunderbar, was hier passiert ist. Ich bin gestern in meiner Vorbereitung der großen Charts, habe ich mich hingesetzt, habe mir mal so schön entspannt die Wochencharts angeschaut und dachte mir, Mensch, das ist ja echt interessant, was hier passiert. Wir haben auf Wochen hochgeschlossen. Wir haben das Widerstandslevel rausgenommen, wo die große blaue Linie, die dicke blaue Linie hier oben ist und laufen jetzt hoch. Und da dachte ich mir, das ist doch mal ein feines Zeichen von Stärke. Das muss ich heute unbedingt mit Ihnen besprechen. Das ist jetzt an dieser Stelle wirklich, wir sehen jetzt sogar Anschlusskäufe. Und das ist ein wirklich richtig gutes Zeichen. Warum ist das ein gutes Zeichen? Weil wir sehen, der Markt will hoch. Wir haben das jetzt hier auf Wochenbasis. Das ist kein 5-Minuten-Shart, sondern hier, schauen Sie, Bewegung, Korrektur, zack. Jetzt ist hier auf Woche ein Aufwärtstrend entstanden. Das ist eine klassische, schöne, markttechnische Reaktion. Und damit können wir was anfangen. Und das ist ein starker Markt. Gucken Sie sich, wo der DAX rumdümbelt. Und schauen Sie sich das Ding hier an. Das ist ein starker Markt. Da können wir drauf. Und da können wir wirklich hervorragend drinnen traden. Und das schauen wir uns jetzt auf Tagesbasis an. Auf Tagesbasis heißt das hier, schauen Sie sich das an. Wir haben hier am Freitag schön Schub nach oben gehabt. Nah am Tageshoch geschlossen. Und jetzt geht es schon wieder nach oben drüber. Das heißt, das ist ein Zeichen, der Markt, der will hoch. Ob er jetzt gleich durchrennt? Boah, I don't know, keine Ahnung. Schön wäre es für die Setups. Wir haben hier oben auf der Oberseite, bei der Bestätigung, schauen Sie sich das an, bei 23.490 Punkten. Hier, da kann man so, das sind so leichte Widerstandsbereiche. Da kann man Käufer eventuell erwarten. Hier oben der nächste Punkt, 23.790. Und dann hier das Allzeithoch in diesem Index, bei 24.117. Wenn wir schön die Rallye weiterbekommen, dann sind das tatsächlich Anlaufpunkte, die hier in greifbarer Nähe liegen. Und schauen Sie sich mal die Kerzen hier an, wie groß die in den letzten Tagen gewesen sind. Da gab es richtig, wirklich Schwung. Es kann zwar immer mal eine Korrektur geben, wenn die Korrektur, beziehungsweise wenn der Markt jetzt schön weiterläuft. Schauen Sie sich mal diese langen Tageskerzen an. Da hat die heutige Tageskerze sogar die Möglichkeit, wenn die von der Schwankungsbreite so bleibt, wie sie die letzten Tage auch gewesen ist. Da gäbe es möglicherweise sogar heute schon das Potenzial, hier oben in diesen ersten Zielbereich einzulaufen. Und dann könnte eine Korrektur kommen. Muss man mal schauen. Wir sind ja ziemlich weit von unten rausgekommen. Das heißt, irgendwann wird erstmal die Kaufluft dünner. Es sei denn, es führen wirklich exogene Faktoren dazu, dass der Markt hier wirklich mit Käufern überflutet wird. Das kann natürlich sein, dass wir da noch deutlich weiterlaufen. Aber das bleibt hier sehr, sehr, sehr interessant, weil wir sehen, der Markt, der hat momentan wirklich die Käuferseite drüber. Und das kann uns schön nach oben bringen. Und wer diesen Lauf hier kurzfristig auch mitraden möchte, der guckt sich ganz einfach mal hier die Stunde an. Schauen Sie, wir hatten hier die Korrektur der Stunde. Und jetzt läuft es weiter. Also wir kriegen immer wieder so kurze Korrekturen. Aber der Markt ist halt relativ stark. Da läuft es nie gigantisch weit runter momentan. Das sind die Sachen in den kleineren Zeiteinheiten. Da kann man wirklich schön sehen, was haben wir für einen Markt. Atmet der immer tief durch. Da ist echt gute Stärke da. Und das hier, diese kurzen Korrekturen, das ist eher ein Zeichen von Stärke, dass der Markt gar nicht erst viel durchatmen will, sondern dass die Käufer wirklich einfach direkt gleich mit drauf bleiben. Und das sind natürlich wichtige Dinge, die man einfach im Trading hier auf der Uhr haben sollte, wo wirklich richtig Musik ins Spiel kommt und das Ganze dann miteinander zum Traden zu bringen. Und damit gehen wir jetzt nochmal rüber zum WTI. Das hatte ich ja vorhin in meinen ersten Sätzen auch mit angekündigt, das WTI. Da hatte ich auch eine Anfrage bekommen von einem Trader, der sagt, Mensch, was mache ich denn mit dem WTI? Die kommt nicht so richtig rein, die Kerzen, ja. Es ist manchmal gar nicht so einfach, das WTI zu traden. Gerade wenn wir hier solche Kerzen hatten wie am Freitag oder hier solche Kerzen, die hochlaufen und dann stark nach unten abverkauft werden. Wenn man da nicht schnell genug ist, verliert man relativ schnell Geld. Da hilft oft eins, durchatmen, entspannt zurücklehnen und mal das Gesamtbild anschauen. Und wer das Ganze mal, sage ich mal, vom Zeithorizont sich die Zeit nehmen möchte, ich mache jetzt mal einfach mal hier, ich fange jetzt mal mit dem Monat an. Hier sind doch ein paar Linien drin, bitte davon nicht stören lassen. Aber was haben wir auf Monatssicht? Wir haben auf Monatssicht hier einen hervorragenden Aufwärtstrend, der jetzt halt etwas korrigiert. Aber wenn wir uns den letzten Monat mal anschauen, schauen Sie sich diese Kerze hier mal an. Ich hoffe, man kann das sehen, ich mache das mal kurz etwas größer. Diese Kerze hier, das ist doch mal eine Hausnummer, das ist doch mal ein Zeichen, wo man einfach sieht, der Markt ist hier wirklich sehr, sehr stark nach oben gekommen. Das ist jetzt Monatsschart. Aber das zeigt uns einfach, wenn man sich dieses Bild mal anschaut, wir haben hier einen aufwärts strebenden Markt. Das ist schon mal ein großer entsprechender Vorteil. Wenn wir dann wieder eine Zeit Raum tiefer gehen, dann sehen wir mal die letzte Bewegung hier im WTI. Hier sehen wir schön diesen nach oben laufenden Trend, der auch mal tiefer korrigiert hat. Jetzt haben wir hier die Korrektur wieder nach unten. Jetzt läuft er so langsam nach oben, aber er läuft halt nicht wie am Schnürchen hoch. Die Zeiten sind momentan vorüber, wo wir einfach nur geradeaus nach oben laufen. Das ist einfach das klassische Marktverhalten. Jetzt haben wir hier die Situation, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, wir haben jetzt hier die letzte Bewegung, wir haben die Korrektur. Jetzt läuft der Markt hier Stück für Stück wieder nach oben. Hier hat man eine starke Umkehrkerze. Diese Umkehrkerze hier aus der Korrektur raus. Schuck hat den Markt hier nach oben rausgenommen. Das heißt, auf Wochenbasis ist die Umkehr gekommen. Auf Tagesbasis hat der Markt hier, jetzt schauen wir einfach mal in den Tag rein, auf Tagesbasis hat der Markt hier schön weit nach oben korrigiert und ist halt über dieses entsprechende Korrektur hoch hier drüber gelaufen. Also hier war er so ein Hoch. Das hier war der Bewegungstrend nach unten. Der ist erst einmal gebrochen worden. Und der hat hier schon mal drüber gelugt. Jetzt kommt wieder die Korrektur. So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was passiert denn hier? Wir haben jetzt hier unten an dieser Stelle bei 67, 38 schon mal gesehen, das ist ein leichter Unterstützungsbereich. Und der Markt hat hier doch deutlich nach oben gedreht. Auch getrieben von der Nachrichtenlage der letzten Woche. Das ist erst einmal der Punkt. So, jetzt ist halt eins faktisch da. Hier oben ist momentan auch ein Widerstand drin, vorne bei 71, um die 35, 71, 35, 71, 50, so in dem Trio. Da ist ein Widerstand. Der Markt wollte schon mal drüber, hat es aber nicht geschafft. So, jetzt hat man hier den zweiten Anlauf. Da ist er auch wieder runter. Jetzt kommt es halt darauf an, was der Markt macht. Also jetzt hier an dieser Stelle wirklich hinschauen. Ich habe das in der Handelsidee reingeschrieben. Das ist so eine, ich sage mal mal, eine komplette Unentschlossenheitskerze. Der Markt ist deutlich nach oben gelaufen. Hier bis 70, knapp über die 70 Dollar Marke. Dann ist er deutlich nach unten gelaufen, auf die 68, 10 in etwa. Und dann hat er sich in der Mitte getroffen. Das heißt, nach oben hin war es ihm zu heikel, nach unten hin. Ebenfalls, wo man sagt, so billig ist es dann doch nicht. Schön wieder hochgekommen. Und jetzt ist es halt interessant zu sehen, was hier passiert. Wenn man das einfach mal bildlich sieht, dann haben wir hier sozusagen jetzt hier eine Bewegung, eine Korrektur. Jetzt haben wir eine Bewegung, die hat oben wieder aufgehört. Und so schlecht wäre es, wenn wir jetzt durchlaufen nach unten. Schlecht für die Aufwärtstendenz, für diejenigen, die Longtraden wollen. Das heißt, an dieser Stelle, wenn wir wieder nach unten laufen und hier unter diese 67, 38 drunter, dann haben wir logischerweise einen Abwärtstrend. Wir haben zwei tiefere Hochs, wir haben tiefere Tiefs. Das ist dann das Zeichen, dass der Markt eher erst einmal wieder nach unten will. Da kommt es dann darauf an, was hier passiert. Auf dem Weg dahinten nach da unten sind zwei Tagestiefs. Die könnten eventuell geholt werden bei schlechter Marktlage. Hier bei 68, 10 und 67, 74. Alles das eine. Laufen wir hier drunter, dann wird natürlich die Marke hier unten interessant, weil dann geht es wieder in Richtung dieses Trends hier, in die Abwärtsrichtung. Das heißt, schauen, wo wir an dieser Stelle einfach stehen. Jetzt stehen wir natürlich mittendrin. Mittendrin nach unten fände ich persönlich jetzt nicht ganz so charmant, auf die mittelfristige Art und Weise, weil man sich halt relativ weit absichern muss. Im kurzfristigen Bereich mag das gehen, aber diese Kerze vom Freitag, die sagt uns halt, schau doch einfach mal hin, was die Marktteilnehmer machen, weil das war schon, der kam ja von unten wieder rauf und hat leicht positiv geschlossen. Also das ist schon ein positives Signal gewesen. Setzt sich das ganze Ding jetzt nach oben fort, das wäre dann wirklich ein Zeichen, dass der Markt sagt, wir wollen jetzt nach oben. Erster Anlaufpunkt, hier die beiden Tageshochs um die 70 und 70, 49. 40, dann hier oben die 71, 35. Da wird es dann spannend, da muss er wirklich drüber, damit wir hier das bullische Bild wieder zurückbekommen und wir hier oben in diesen Bereich reinlaufen. Wer sich das Ganze in der Stunde anguckt, die Stunde hat halt jetzt momentan hier, schauen Sie es mal, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Hier war das Korrekturhoch an dieser Stelle und das ist jetzt erst einmal wieder gebrochen worden und das ist so ein Zeichen, dass wir sehen, okay, der Markt will momentan doch etwas eher nach oben als nach unten. Jetzt korrigiert das Ganze wieder so ein bisschen und jetzt die Tendenz nach oben, die muss natürlich kommen und wenn wir das rauswuppen, dann zeigt uns der Markt, jetzt will ich einfach wieder nach oben gehen und dann werden die oberen Punkte hier, die ich reingezeichnet habe in den Chart, als gute Wegmarken auf diesen großen Widerstand mit im Raum zu stehen sein. Also das sind mal die Dinge, wie ich den Ölpreis momentan sehe. Das kann man sehr, sehr entspannt traden, wenn man nicht überall einfach nur ins Feld reinspringt und keinen Plan hat. Also wichtig, das habe ich ja schon häufiger gesagt, haben Sie Ihre Strategie und wenn Sie die Strategien gut traden, dann einfach das Ganze laufen lassen, wie es die Strategie sagt und dann ist alles gut. An dieser Stelle schaue ich mal in den Chat hinein, da sehe ich hier auf Facebook momentan keine weiteren Fragen. Ich hoffe, die Ausführungen haben dem ein oder anderen geholfen, gefallen. Ich freue mich, Sie morgen alle wieder begrüßen zu dürfen, wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und einen schönen Start in die Woche, gute Trades und ich sage danke und bis morgen. Tschüss. 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 Tschüss.